Borussia Dortmund braucht definitiv noch Verstärkung in der Defensive, zum einen glaube ich in der Innenverteidigung, dennoch glaube ich, dass der größte Bedarf auf der Position des Rechtsverteidigers besteht, da hat man zwar nominell extrem viele Spieler, mit Meunier, den man verkaufen will, mit Morey, der fast immer verletzt ist, mit Marius Wolf, der sich jetzt aber in der Vorbereitung als ein bisschen defensiv schwach zeigt, vor allem was sein Stellungsspiel und seine Positionierung anbelangt und man hat eben auch noch Ryerson, der auf jeden Fall eine solide Variante ist und das seinen Job auch macht, aber halt eben qualitativ vielleicht nicht unbedingt das ist, was der BVB da in der Spitze braucht, um halt eben bestmöglich aufgestellt zu sein für die kommende Saison. Und deshalb stelle ich euch heute meine Top 5 Kandidaten vor, wen der BVB auf eben jener Position noch verpflichten könnte und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Beziehungsweise zuvor muss man noch klarstellen, man sucht hier ganz klar einen Rechtsverteidiger für eine Viererkette, da eben das 4-3-3 das präferierte System von Trainer Terzic ist, was man eben jetzt auch wieder in der Vorbereitung gesehen hat und was er natürlich auch in der Vorsaison meistens spielen lassen hat. Option Nummer 1 ist Ivan Fresneda und den Namen hat man natürlich schon des Öfteren gehört beim BVB. Im letzten Winter war es schon nahe an einer Verpflichtung, da hieß es entweder er geht zu Arsenal oder zum BVB. Letztendlich ist er bei Valladolid geblieben, ist jetzt abgestiegen und es hieß dann eben auch im Sommer, dass er zum BVB geht. Dennoch ist auch da wieder der Transfer geplatzt, dann hieß es er geht zu Real Madrid, ist aber auch nicht zustande gekommen bis jetzt. Aktuell gibt es keine wirklichen Gerüchte und ganz ehrlich, der Mann wird sicherlich nicht in der 2. Liga spielen. Der Abstieg könnte auch nochmal seinen Preis drücken, es hieß auch damals schon, dass er schon Deutsch lernt und ich kann mir bis heute nicht erklären, warum man den Transfer nicht einfach perfekt gemacht hat. Und deshalb hier nochmal der Aufruf, Ivan Fresneda wäre wirklich eine sehr gute Option, ist eines der größten Talente auf dieser Position. Spanier ist dementsprechend gut technisch ausgebildet, hat bei Real Madrid in der Jugend gespielt, kann eben auch invers spielen aufgrund seiner Spielstärke, also im eigenen Ballbesitz ins Zentrum ziehen. Kann aber auch die rechte Grundlinie beackern und da die Breite halten und eben vorne im Kreativspiel im letzten Drittel eingebunden werden. Zudem ist er vor allem defensiv auch recht solide, kann sich da noch bessern, aber wäre auf jeden Fall vom Potenzial her eigentlich somit die beste Option, die man holen könnte. Und deshalb wollte ich hier zumindest erneut mal seinen Namen erwähnen. Ob es der BVB jetzt letztendlich macht, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber ich wollte es mal nennen. Option Nummer 2 und da gibt es auch schon Gerüchte und zwar ist das Joshua Wagnumann vom VfB Stuttgart. Und das wäre so an sich eigentlich somit die langweiligste Variante, aber auch die typischste für den BVB, die ja jetzt in letzter Zeit einige Spieler und vor allem auch deutschsprachige Spieler aus der Bundesliga gekauft haben. Und da würde sich eben Joshua Wagnumann in diese Reihe einreihen. Vom Spielertyp her ist er natürlich ein extrem physischer, aber gleichzeitig auch dynamischer Spieler, der seine Stärken sowohl defensiv, aber auch offensiv hat. Kann da die Breite halten, aber auch ins Zentrum ziehen als Kopfballspieler am langen Pfosten. Also er ist durchaus variabel einsetzbar, kann auch wie jetzt bei der U21 den rechten Innenverteidiger im eigenen Ballbesitz in einer Dreierkette geben. Dennoch finde ich die Variante nicht allzu kreativ, muss natürlich nicht schlecht sein. Ich sehe halt persönlich aktuell kein unbedingtes Upgrade zu einem Rührson, auch wenn er es in der Zukunft definitiv sein könnte. Aber ich finde, er bringt jetzt auch nicht das Riesenpotenzial mit wie ein Fresneda und daher sehe ich eine Verpflichtung eher kritisch, aber wäre jetzt auch nicht die schlechteste Option. Daher wollte ich sie auch mal zumindest nennen und es gibt glaube ich auch viele BVB-Fans, die dem Ganzen durchaus positiver gegenüber gestimmt sind. Meine nächste Variante ist noch recht unbekannt in der Fußballwelt, dennoch eine sehr interessante Option und zwar ist es Ferdi Cardioglu von Fenerbahce. Und er ist ein sehr interessantes Talent, hat jetzt eigentlich recht spät den Durchbruch geschafft, ist 23 Jahre alt, kommt aus der Niederlande, ist aber dann in die Heimat seiner Vorfahren, in die Türkei gewechselt. Und hat da auf jeden Fall jetzt letzte Saison gezeigt, was er kann und auch aktuell macht er da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Er ist sehr spielsteig, was vor allem daran liegt, dass er in seiner Jugend meistens sogar Zehner oder Flügel gespielt hat und dementsprechend hilft ihm das jetzt auch weiter als Außenverteidiger, was er eben letzte Saison meistens gespielt hat in einer Viererkette. Da war es aber auch recht flexibel, ob er rechts oder links spielt, weil er ist recht beidfüßig, sein Steigerfuß ist natürlich rechts, dementsprechend könnte er beim BVB auf jeden Fall den Rechtsverteidiger geben, auch je nachdem inverse aufgrund seiner Spielstärke. Und das wäre auf jeden Fall ein Vorteil seinerseits. Zudem ist er extrem schnell, er ist recht torgefährlich, sogar eher wie das er jetzt Vorlagen gibt und generell ist er ein Spieler, der sehr gute Tiefenläufe macht und da auch viele Steckpässe erhält und dementsprechend halt eben auch Torgefahr ausstrahlen kann. Wobei man bei ihm sagen muss, sein Passspiel ist zwar okay, aber es ist halt nicht wirklich progressiv, also er spielt viele sichere Pässe auf die Seite weg, aber wenig Pässe wirklich nach vorne, die das Spiel auch weiterbringen. Und das muss man bei ihm auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenngleich er defensiv von der Zweikampfführung echt stabil ist, aber jetzt gerade Kopfballduelle oder andere Defensivstatistiken nicht unbedingt seine Stärke sind. Aber alles in allem auf jeden Fall ein interessantes Talent, das durchaus noch Potenzial hat und daher eine interessante Lösung für den BVB darstellen könnte. Der nächste Spieler spielt bei der AS Monaco und lautet auf den Namen Vanderson. Der Brasilianer ist erst 22 Jahre alt, hat aber dennoch schon einige Spiele auf Topniveau in der Liga A machen können und bei ihm ist es so, er kann Rechtsverteidiger spielen, aber auch den rechten Flügel, also ähnlich wie ein Marius Wolf. Dennoch muss man zu ihm sagen, er ist auch durchaus defensiv stark, hat natürlich auch die meisten Spiele als Rechtsverteidiger gemacht und weiß da jetzt keine sonderlichen Schwächen auf defensiv gesehen und ist halt gleichzeitig ein sehr dynamischer Spieler, der viel an der Grundlinie mit nach vorne geht. Also jetzt keiner, der unbedingt in das Zentrum zieht, aber offensiv auf jeden Fall, da er eher die Breite hält, nicht der torgefährlichste, aber halt sehr stark was Flanken angeht, Pässe in die Box zu den Stürmern, die dann halt eben seine Vorbereitungen verwerten sollen. Und auch ansonsten ist er jetzt kein schlechter Passgeber, wie gesagt defensiv auch keine Schwachstelle, er ist ein sehr guter Allrounder und ich würde sagen ein recht kompletter Spieler, was seine Position angeht und die damit verbundenen Aufgaben. Und deshalb wäre er natürlich eine gute Option, würde sich aber auch dementsprechend kosten lassen bei einem Marktwert von 20 Millionen. Also ich glaube unter 30 Millionen wird es da schwierig einen Deal einzufädeln, deshalb ist es wahrscheinlich eher unrealistisch, da der BVB schon recht viel im Mittelfeld ausgegeben hat. Trotz dessen wäre er eine gute Variante, der sie vor allem für die kommenden Jahre extrem verstärken würde, aber auch im Hier und Jetzt schon eine echt gute Verstärkung darstellen würde, im Vergleich zu den aktuell vorhandenen Rechtsverteidigern. Und auch situativ wäre er glaube ich je nach Spielplan für den rechten Flügel interessant, gerade wenn man da einen pressing starken Spieler will, was ja definitiv ist. Und mein letzter Kandidat wäre eigentlich die ideale Lösung, würde sich natürlich auch dementsprechend kosten lassen. Und zwar handelt es sich dabei um Lutscharel Gertreuda von Feyenoord Rotterdam, ist ja Meister geworden mit ihnen und er ist wirklich einer der flexibelsten Spieler, die es aktuell gibt. Er hat letzte Saison sowohl rechts als auch innen verteidigt, auch in der Viererkette innen, das kann er alles machen. Da er sowohl physisch extrem stark ist, aber gleichzeitig auch ein enormes Tempo mitbringt und aber auch extrem spielstark ist, weshalb er auch schon im Mittelfeld auf der Doppelsex gespielt hat. Und generell sind seine Statistiken überragend, sowohl offensiv wie im Passspiel. Defensiv fallen die ein bisschen ab, liegt aber daran, dass Feyenoord fast nie in Defensivaktionen kam, da sie die Liga halt eben so krass dominiert haben. Und er ist ein Spieler, der kann sowohl die Pässe sicher spielen, dass man halt im Ballbesitz bleibt, aber wenn nötig spielt er auch extrem progressiv. Er kann vorne in die Box und da eine Gefahr darstellen. Er kann halt eigentlich echt alles, ist sehr komplett, sowohl von seinen körperlichen Gegebenheiten, aber auch von seinen Fertigkeiten auf dem Platz. Und deshalb wäre er wirklich die perfekte Lösung. Man kann mit ihm echt alles machen. Du kannst beispielsweise auch wie bei der niederländischen Nationalmannschaft ihn in die Innenverteidigung stellen. Und dann geht er im eigenen Ballbesitz trotzdem auf die 6, eine Position weiter nach vorne. Also er ist so vielseitig. Ich liebe es auf jeden Fall, ihn spielen zu sehen, auch letzte Saison bei Feyenoord. Das Problem ist, Leipzig ist natürlich auch dran. Da hieß es eigentlich schon vor ein paar Wochen, dass man ihn recht sicher holt. Letztendlich kam es bis jetzt noch nicht dazu. Das Gerücht besteht zwar weiterhin, aber ganz ehrlich, klopft da doch einfach an. Wenn da Leipzig eine Chance hat, dann müsste Dortmund auch eine Chance haben. Er ist wirklich der perfekte Spieler für diese Position, aber auch von seiner Flexibilität für andere Positionen. Was ja vor allem notwendig ist, wenn die Spieler so oft verletzt sind, wie es derzeit beim BVB der Fall ist. Und deshalb klopft auf jeden Fall an, versucht alles, was möglich ist. Er ist zwar teuer, aber ich glaube, mit ihm ist man so stark aufgestellt. Er ist zudem auch nicht wirklich verletzungsanfällig. Hat eigentlich die letzten beiden Jahre fast alle Spiele gemacht. Und mit 23 Jahren ist er noch so krass entwicklungsfähig. Da würde ich echt an BVB Stelle alles versuchen, ihn zu bekommen. Das soweit also meine fünf Vorschläge. Ich glaube, man hat rausgehört, wen ich am liebsten hätte. Dennoch sind die anderen natürlich auch sehr gute Varianten. Mal mehr, mal weniger. Ich glaube, man hat je nach Spieler rausgehört, wie krass ich von ihm überzeugt bin. Lasst mich jetzt auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, anhand meiner Aussagen, welchen Spieler würdet ihr am ehesten holen. Oder habt ihr vielleicht noch andere Vorschläge, die vielleicht sogar noch besser sind? Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.